Good morning boys and girls! Wir sind wieder on the road. Wir fahren eine kleine Runde durch die Stadt. Das schöne Wetter muss man einfach ausnutzen, ist so. Jawohl, ich bin schon ewig kein Motorrad mehr gefahren. Heute nehme ich Biest. Was geht für euch ab? Ich habe festgestellt mit dem neuen Mikrofon, was ich dran habe, beziehungsweise so ein kleines silbernes Stück, wo ich gar keine Ahnung habe davon, wofür es da ist, macht die Tonqualität einfach um tausendmal besser. Ich habe überlegt heute, einfach mal Frühstück auf dem Weihnachtsmarkt. Frühstück auf dem Weihnachtsmarkt ist eigentlich mega nice. Jawohl. Einfach mal eine Runde durch die Stadtbahn. Nein, der Tank ist leer. Nein, übertreibt doch nicht. Einmal auf dem Ding gesessen und schon ist der Tank leer. Wie viel schafft ihr immer mit euren Bikes? Ich schaffe immer so um die 190 Kilometer. 200 maximal. Und die Ducati schafft weniger, glaube ich. Ich glaube die schafft immer zwischen 170 und 180, 190 maximal. Ich denke da kann ein Motorrad abhängen. Was war mit ihm los? Ich bin mir sicher. Und den nächsten, den wir auf der Straße sehen, den winken wir einfach. Wie ist das aggressiv? Dies möchte gefahren werden. Dies möchte winken. Ich habe mir jetzt ein neues Videoschneideprogramm runtergeladen. Ich bin gespannt, wie die Videos sammelt werden. Komm, den beiden Mädchen da vorne winken wir. Hallo. Hallo. Keine Chance. Die haben nicht so Bock auf Winken. Aber irgendein Mädchen muss doch noch heute winken, oder? Oder siehst du so behindert aus, dass mir keiner winken will. Aber im nächsten Video habe ich ein ganz gutes Thema für uns. Wie kläre ich eine Partnerin oder einen Partner? Eine Chick. Komm, hier, sie winkt bestimmt. Ne, sie winkt auch nicht. Ich mache mich hier voll zum Nappel. Egal. Macht Spaß. Wup, 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 wup. Ach ne, darf ich nicht mehr machen, habe ich gehört. Ich habe die zweite Kamera von Mrs. Red. Habe ich vorne ans Motorrad angemacht. Mal gucken, was da so geht. Und es ist nichts passiert. Es ist nass. Und ich habe es geschafft, dass ich mich nicht auf die Fresse packe. Sehr gut. Over and out. Peace.